Alles klar, ich mache das Video jetzt noch ein drittes Mal, am ersten Mal habe ich zu chaotisch durcheinander geredet, weil es zu spontan war, am zweiten Mal habe ich gemerkt im Aufnahmeprogramm, dass meine Stimme hochgepitcht wurde, weil ich dann eine Einstellung falsch drin hatte, und jetzt versuche ich es nochmal. Das Video geht um Früchte, allgemein, dass ich meinen persönlichen Früchtekonsum minimieren werde, und warum ich das sinnvoll halte für fast jeden. Also bei den Früchten haben wir zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass der Zucker da drin stark reinigend wirkt. Mein zweites ist, der bezieht sich auch auf Zucker, dass der Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen lässt in kurzer Zeit, und dass der Zucker sauer auf den Körper wirkt. Und das ist so, weil ungefähr 90-95% auf Zucker überzüchtet sind, und dann ist die Balance einfach weg, der Frucht. Also die Frucht muss man halt als Ganzes sehen, und wenn man halt einzelne Teile überzüchtet, dann fehlt einfach die Balance, und das wirkt dann auch auf den Körper aus. Und ich fühle mich dann selber auch außer Balance. Ich fühle mich teilweise hyperaktiv, und ich merke auch, ich kriege nach drei Bananen schon Sodbrennen, und fühle mich auch übersäuert. Und mit Ausnahme, wenn ich Sport mache, wenn ich davor oder danach Sport mache, also als Sportler hat man weniger Probleme damit, besonders als Leistungssportler merkt man da sowieso nichts. Da kompensiert man das ganz gut, und ich halte Kompensation auch für sinnvoll in dieser Welt, in dieser Welt voller Gifte und Toxine. Es ist wirklich kein leichtes, sich zurechtzufinden und möglichst optimal sich zu verhalten und zu ernähren. Aber generell, also ich habe gleich eine Liste, die ich noch aufzählen werde kurz, welche Früchte ich dann konsumiere, und welche Früchte halt nicht auf Zucker überzüchtet sind, meiner Erfahrung nach, und die ich halt sehr gut vertrage, um zu wissen halt, was man dann essen kann. Also ich empfehle generell für die meisten, acht bis zehn Stück Obst, eher acht Stück Obst am Tag nur zu essen. Das finde ich schon ziemlich gut und optimal, man kann auch weniger essen, so fünf Stück Obst als eine Mahlzeit. Das finde ich schon ziemlich ideal, muss ich sagen. Und wie ich das mache, ist so, dass ich halt morgens erst mal fünf bis sechs Stunden faste. Als erste Mahlzeit mache ich dann ein Monomiel aus Früchten, drei bis fünf Stück Obst, je nachdem wie ich mich fühle. Und vier Stunden später circa, esse ich dann entweder noch mal drei bis fünf Stück Obst und circa eine Stunde danach halt einen großen Salat oder eine Rohkostsuppe, eine erwärmte. Selten an Smoothie, wenn es halt schnell gehen soll, aber ich vermische das nicht so gerne. Ich warte dann lieber so eine Stunde oder dreiviertel Stunde. Oder, ich lasse das, was ich jetzt in Zukunft ausprobieren werde, dass ich das Obst ersetze mit anderen Früchten, halt mit nicht süßen Früchten wie Zucchini, Tomate, Paprika, Kürbis, Gurke. Ja, da hat man noch den Vorteil, also, bei mir ist es so, dass ich mit dem Fasten die Sucht nach Zucker komplett weggehauen habe. Also, ich habe gar kein Bedürfnis mehr danach und ich brauche das auch nicht. Ich könnte auch den ganzen Tag nur Gemüse essen, nur Gemüsesäfte. Aber ich finde halt den reinigenden Effekt und den anregenden Effekt auch das Obst oder Früchte halt ziemlich praktisch. Also, den reinigenden Effekt und den anregenden Effekt. Ja, wenn man halt nicht so viel davon konsumiert, ist das halt ziemlich gut und auch förderlich für die Gesundheit. Und ich werde das dann einfach mit Fruchtgemüse ersetzen, hat man immer noch den Vorteil, dass es sehr feinstofflich ist insgesamt. Also, der Körper, wenn er ziemlich gereinigt ist, der kann mit den ganzen Mineralstoffen nicht mal viel anfangen, braucht er nicht, muss er wieder raustragen. Und deswegen esse ich dann nicht stattdessen ganz viel Blattgemüse oder sowas. Als erste Mahlzeit werde ich noch normal süße Früchte konsumieren als zweite Mahlzeit. Entweder weglassen, nur einen Salat und vielleicht noch Avocados oder ein Rohkostrezept aus Sprossen oder halt Fruchtgemüse und noch zu einem Salat. Ganz gut sind halt wirklich auch Sprossen, um das Ganze abzupuffern. Aber in erster Linie ist halt Gemüse, insbesondere dunkelgrünes Badgemüse und Wildkräuter das Idealste, um das abzupuffern. Einmal durch die Mineralstoffe und dadurch wirkt das Ganze alkalisch, weil durch das Säurenbildende des Zuckers und weil der Zucker ganz viele Giftstoffe löst, also reinigend wirkt und in den Blutkreislauf schwemmt, braucht man halt alkalische Stoffe, um das wieder abzupuffern, diese Säurebildenden Stoffe, weil der Körper halt basisch funktioniert und darauf beschrieben ist, basisch zu sein. Und wenn man das halt dem Körper nicht gibt von außen, dann löst das von innen, von Knochen, Haaren und so weiter, wird oft als Entgiftungserscheinungen abgetan. Ist es im Prinzip auch nur, ist es so, dass man das nicht einfach durchhalten sollte und abwarten sollte, bis es vorbei ist, sondern man sollte weniger Früchte essen und vielleicht auch wieder ein bisschen Junk, in Anführungszeichen, integrieren, weil man vielleicht zu schnell im Reinigungszeig vorangeschritten ist und es einfach zu schnell für den Körper geht, diese Entgiftung. Ja, Gemüsepuffer, wie gesagt, sehr gut ab. Jetzt direkt mal die Liste, welche Obstsorten ich für sehr gut halte und was ich da halt so gefunden habe, was noch gut ist. Das sind so ein Früchte von der Quinta, also von quintashopping.eu, das sind so die qualitativsten Früchte, die ich bisher probiert habe. Und das sagen auch viele andere, die da bestellen. Aber die Orangen da momentan, die kann ich nicht, die kann ich nur eingeschränkt empfehlen. Ist auf jeden Fall deutlich besser als aus dem Supermarkt. Also die Citrusfrüchte aus dem Supermarkt sind krass einfach nur Zucker. Besonders die für 50 Cent pro Kilo, das ist einfach nur Zuckerwasser. Mehr ist natürlich, da ist auch nichts anderes drin. Das sind extrem außer Balance, da kannst du lieber nichts essen. Da kannst du lieber Wasser trinken. Besonders auch noch Bananen, Mangos und Datteln, das sind so die am stärksten überzüchteten auf Zucker Früchte, die ich überhaupt nicht empfehlen würde. Besonders aus dem Supermarkt nicht. Bananen mache ich höchstens mal zwei und dann noch eine Birne in den Smoothie rein. Habe dann ganz viele Gemüse drin zum Abpuffern insgesamt. Ist einfach für den Geschmack am besten. Also im Smoothie mag ich eigentlich nur Bananen, muss ich sagen, als Obst. Das ist eigentlich nichts. Habe ich mit viel rumexperimentiert, gefällt mir immer alles nicht. Auf jeden Fall die Orangen da, das sind nämlich Navelina-Orangen, das sind überzüchtete Orangen, auch kernlose Orangen. Je nach Saison haben die aber halt andere. Im Herbst oder im Spätsommer hatten die ja extrem gute Orangen. Man sollte halt einfach nur darauf achten, dass man da keine Navelinas besorgt. Man kann die Orangen auch bei Fett-Essolière holen, kann man googeln. Ich schreibe es auch in die Infobox. Auch die ganze Liste mit den Früchten oder bei Orkos. Die haben auch noch Saftmandarinen. Mandarinen sind sogar konventionell ziemlich gut, wenn man die entsaftet. Bezüglich der Giftstoffe auch. Außer Saftmandarinen, die sind dann auch wieder auf Saftigkeit gezüchtet und allgemein auf Zucker auch wieder. Und auch selbst die Saftmandarinen von Quinter kann ich nicht empfehlen und nur eingeschränkt zumindest. Aber die Clementinen da, die sind ziemlich perfekt. Also die schmecken, wenn man die entsaftet, eigentlich wie sehr, sehr gut und stark aromatisiertes und leicht oder perfekt süßes Wasser. Das ist eigentlich so genau die perfekte Balancen-Kombination, die mir mein Körper sagt für mein momentanen Entgiftungs-Stadium. Wenn man halt entgiften möchte, dann ist es halt sinnvoll, so etwas wie Banana Island zu machen. Da hat man sehr viel Zucker oder halt Mango Island oder irgendwas Island mit Früchten. Da hat man halt sehr viel Zucker, was sehr stark reinigen wirkt. Und man hat die ganzen Normalstoffe, die ganzen erdigen Stoffe raus, die einem am Entgiften noch, ja die das sozusagen noch verzögern. Aber Green Islands kann man natürlich auch sehr gerne machen. Wenn man halt trotzdem noch ein bisschen grün wird integriert. Ja, die nächste Frucht wäre die Grapefruit. Die ist halt auch ein bisschen bitter, aber halt auch ein bisschen süß. Habe ich seit 16 Jahren nicht mehr gegessen, aber bestellt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine ziemlich geeignete Frucht ist. Genau wie die Pampelmuse, das ist der Vorgänger sozusagen der Grapefruit. Also Pampelmuse und Mandarine sind die beiden Zitrusfrüchte, also die Ursprungs-Zitrusfrüchte. Und alles andere ist daraus gezüchtet. Zitrone, wer halt mag, oder Wildorangen, die auch bitterlich sind, sind ziemlich gut. Papaya ist ziemlich perfekt. Also Papaya hat so nur die Hälfte des Zuckersanteils eine andere Melone. Papaya ist auch eine Melonenfrucht. Melone an sich hat ja schon an sich sehr, sehr viel Wasser und deswegen meist weniger Zucker als andere Früchte. Papaya ist sehr, sehr gut, wird auch öfters im Salat deswegen verwendet, weil es halt eine sehr milde Frucht ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch meine Lieblingsfrucht. Andere Melonen sind meistens überzüchtet, besonders die Zuckermelone und die Honigmelone, aber auch die Wassermelone. Die Cantaloupe Melone, die müsste ich noch ausprobieren, da kann ich mir vorstellen, dass die noch in Ordnung ist. Und ich muss sagen, von Netto die Honigmelonen, da sind manche ziemlich gut. Von all die die ganzen Honigmelonen, die sind aber alle viel zu nütz. Dunkle Trauben, wenn sie Bio sind, aber ich weiß mehr, äh, ich weiß mehr, aber ich weiß gerade nicht, welche Sorte, es gibt verschiedene Sorten, da kommt es wirklich auf die Sorte an. Bei vielen Früchten kommt es auf die Sorte an, zum Beispiel bei diesen dunklen Trauben. Sollte auf jeden Fall dann Kerne haben. Ähm, bei Äpfeln nur die alten Apfelsorten und von den alten Apfelsorten sind eigentlich nur zwei im Handel und das auch nicht oft. Ähm, das sind Boskop Äpfel und Cox Orange Äpfel. Der Holsteiner Cox, der gezüchtet ist aus Cox Orange, der ist bereits zu süß. Ähm, ich hab hier zum Beispiel einen Demeter Brebern Apfel, der ist mir schon zu süß, also zur Not geht der. Oder wenn ich mal einen halben irgendwie zu einem Gemüsesaft mache, dann geht auf jeden Fall sehr gut. Aber hier hab ich zum Beispiel einen Boskop Apfel und da sieht man auch den Unterschied. Also der ist total allglatt, sag ich mal, äh, auch im übertragenen Sinne. Ähm, und total knallig und, äh, ja, rein sieht er so aus und der ist halt wirklich ein alter Apfel, auch wenn er ziemlich groß ist. Und so sieht ein natürlicher Apfel aus und der schmeckt dann auch so, der schmeckt dann halt auch schön mild und so weiter. Und ein Wildapfel übrigens hat fast null Süße, auch wenn er voll reif ist. Also ein Wildapfel, der ist, die meisten würden er nicht mehr runterkriegen. Selbst wenn er in Saft ist oder dann noch zu so einem Sirup eindickst oder so, da hast du gar keine Süße drin einfach. Aber das tut mir am besten eigentlich, hab ich gemerkt. Das ist dann ziemlich feinstofflich, trotzdem noch, also im Gegensatz zu Blattgemüse. Und trotzdem nicht diesen ganzen Zucker drin. Aber wie gesagt, gibt's halt verschiedene Vorteile von, ähm, süßen Obst, die ich halt noch nutzen will. Aber ich reduziere es halt. Wie gesagt, 8-10 Stück Obst halte ich für sinnvoll. Auch für Leute, die noch nicht so entgiftet sind. Ähm, Sportler können natürlich dann mehr essen. Nächste Frucht wär die Pildesapumelone. Also die Melone ist so meine Lieblingsmelone, neben der Papaya halt. Und die ist sehr gut, kriegt man aber nicht so oft. Momentan glaub ich gar nicht. Dann haben wir Erdbeeren. Manche Kirschsorten müssen wir auch wieder ausprobieren. Also unser Kirschbaum ist ziemlich optimal. Brombeeren, aber allgemein Wildobst und, ähm, ja, das heißt viele Beeren. Also, Beeren sind ziemlich gut, deswegen mochte ich hier auch schon immer sehr, sehr, sehr gerne. Auch wenn Bananen auch Beeren sind, botanisch gesehen. Aber ich meine jetzt so halt Wildbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren. Aber auch Kirschen, Erdbeeren. Auch wenn Erdbeeren schon ziemlich gezüchtet ist, aber die Erdbeeren, die ich kenne, die sind eigentlich schön saftig und wässrig. Also nicht im negativen Sinne wässrig, aber, ja, nicht zu süß halt einfach. Das nächste war die Drachenfrucht. Die Feige ist auch eine sehr ursprüngliche Frucht, genau wie der Granatapfel. Granatapfel am besten nur Bio. Kaktusfeige und das war's dann so, was ich konsumiere, wenn ich halt so Sachen bekomme. Am meisten konsumiere ich halt dann wirklich so Cox-Orange-Äpfel oder halt die Clementinen von Quinta oder konventionelle Mandarinen für 1 Euro pro Kilo entsaftet. Grapefruit, wenn ich von mir ein Papaya. Das hier ist halt so im Winter. Ja, wahrscheinlich noch gut sind reife Kaki, aber bei mir reifen die selbst noch 2 Monate nicht. Wären aber auch irgendwie nicht schlecht. Da kann ich mir vorstellen, dass das gut sind, aber dass die noch gut sind, aber da weiß ich es nicht genau. Genau wie bei der Kantaluk-Melone, wie gesagt. Sherimoya kann sicherlich sehr gut sein. Gewisse Ananassorten und gewisse Mangosorten, also generell Ananas und Mango überhaupt nicht, sind viel zu süß. Aber gewisse Ananas- und Mangosorten sollte man bei der Rohkost-Wiki mal gucken oder einfach die Sorte. Wenn man zum Beispiel bei Ohrkost oder einem anderen Fruchtversamm bestellt, steht immer die Sorte dabei und dann gibt man einfach die Sorte ein bei Google und dann kommt sofort sowieso die Rohkost-Wiki. Und da dann einfach gucken, ob da dabei steht süßlicher Geschmack oder süßer Geschmack und dann würde ich das nicht holen. Gut, könnte auch noch sein Jack-Frucht, habe ich auch noch nie probiert und Durian habe ich auch noch nie probiert. Und dann andere tropische Früchte, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele, bestimmt 1000 Sorten oder so, mindestens. Dann muss man halt ausprobieren, aber tropische Früchte sind im Allgemeinen, ne, kann man nicht sagen, also Ananas und Mango sind ja, und Banane sind ja das Überzüchtete überhaupt. Ersetzen wir dann halt, wie gesagt, eine Mahlzeit mit Fruchtgemüse oder halt nur, dass ich halt trotzdem 8, maximal 8 Stück Obst, sage ich mal, oder dass ich mich halt ungefähr Pi mal Daumen an 8 Stück Obst orientiere, süßen Obst. Und ab und zu halt aber durch Fruchtgemüse ersetze und dann auch nur von diesen aufgezählten Obstsorten. Und wenn ich das alles nicht mehr habe, dann, und auch kein Fruchtgemüse mehr habe, aber es unwahrscheinlich ist, dann gehe ich zu den nächst besseren Alternativen, die ich gleich auch noch vorlese. Aber Fruchtgemüse ist ja klar, was es da alles gibt. Die nächst besseren Alternativen wäre dann, also eine konkret nächste Stufe wäre Blattgemüse. Und wie gesagt, in meinem Zustand kann ich nicht mehr zu viel Mineralstoffe, ähm, brauche ich nicht mehr so viel Mineralstoffe. Und der Körper will das dann wieder raustragen, also das ist keine bewusste Entscheidung, diese Entgiftung, ich will jetzt entgiften, sondern der Körper macht das einfach immer. Das ist einfach ein Gesetz und das kann man nicht wirklich ändern, also zumindest nicht, wenn man kein Yogi ist oder so. Die können natürlich sowieso durch Wände gehen und sowas. Aber allgemein für die meisten würde ich sagen, ähm, ähm, ist der Körper, der Körper entgiftet einfach immer und man kann höchstens halt bewusst entscheiden, dem auch die Möglichkeit zu nehmen, zu entgiften. Oder halt verschiedene Situationen zu erschaffen, wo man besser entgiften kann, zum Beispiel beim Fasten oder Banana Island oder sowas. So, und, ähm, ich habe halt einen Zustand erreicht, wo mehr als 150 Gramm Spinat alle zwei Tage mich beerdigen, in Anführungszeichen, zu viel Mineralstoffe sind. Außer wenn ich was, äh, nicht Planmäßiges esse, um das dann wieder abzupuffern, sind Mineralstoffe wichtig und esse ich auch mehr. Aber bei dem Blattgemüse ist dann für mich dann in erster Linie das nächstbessere Nachfruchtgemüse Blumenkohl zum Beispiel, also nicht grünes Blattgemüse. Da mache ich zum Beispiel Blumenkohl Reis draus, bei RawFutureTV gibt es zum Beispiel ein Rezept dafür. Und danach, das nächstbessere wäre stärkefreies Wurzelgemüse, wie Topinambur, Rote Beete, Karotte, Sellerie, Knolle, Kohlrabi, etc. Die nächste Stufe wären dann Sprossen, am besten Lupine oder Erbse, weil bei Sprossen finde ich es wichtig, oder allgemein auch in Ernährung, dass sie stärkerarm und fettarm ist. Und die Lupine, die hat sehr viel Ballaststoffe, keine Stärke, die Erbse hat sehr, sehr wenig Stärke, nur ein Viertel der Stärke der Kichererbse. Und durch das Sprossen wird nochmal 50% dieser Stärke in Zucker gewandelt. Trotzdem ist es basisch, weil es trotzdem immer noch wenig Zucker ist. Danach würde ich alle anderen Hülsenfrüchten Sprossen nehmen und dann Getreidesprossen. Danach wäre Rohkostbrot aus Gemüse oder Gemüse-Drester oder Sprossen oder gemixt aus Sprossen und Gemüse ganz gut. Und da kommen wir dann halt schon in die Stufe verarbeitete Rohkost. Also wie gesagt, Blattgemüse, stärkerfreies Wurzelgemüse, dann Sprossen, dann leicht verarbeitete Rohkost. Das ist ja nur das Wasser raus sozusagen. Danach gedünstetes Wurzelgemüse, gedünstetes Blattgemüse und danach gebackene Süßkartoffel. Da kommen wir dann in die Stärke rein, aber Süßkartoffel ist nur ein Drittel der Stärke von normalen Kartoffeln. Und Backen ist da idealer als dünnsten oder als rohe Rohkostchips oder so, weil dann mehr von der Stärke noch insgesamt verschwindet. Danach haben wir dann gekochte Lupinen, dann Kartoffeln und basisches Getreide wie Amaranth oder Hirse, auch Quinoa, aber Quinoa ist ziemlich teuer. Oder gekeimtes Getreide, das wäre auch noch basisch. Aber säurebildendes Getreide wie Weizen, Roggen, Hafer, Reis, Mais, Dinkel sollte man tun, nichts vermeiden oder sehr stark reduzieren. Selten konsumiert, vielleicht einmal die Woche oder so. Wer nicht anders kann, zweimal die Woche vielleicht. Aber die Ernährung, das finde ich wirklich, ist das allerwichtigste in Ernährung überhaupt, dass es zu 70% bis 80% basisch ist. Also dass die nicht säurebildend sind. Also es hat schon einen extrem krassen Effekt, also es hat wirklich einen extrem krassen Effekt, wenn die Ernährung im höchsten Maßen basisch ist. Und eine vegane, basische Ernährung, finde ich, ist schon sehr, sehr krass und das Wichtigste überhaupt. Und auch eigentlich ganz gut umzusetzen, wenn man halt Geduld hat. Ein bisschen Geduld aufbringt und man auch wirklich ein Ziel vor Augen hat, was man halt damit erreichen will. Soll ich das Gefühl, wir wollen mal ausprobieren. Ja, das wollte ich dazu sagen. Jetzt habe ich 10 Minuten weniger gebraucht als beim letzten Video. Das finde ich ziemlich gut. Deswegen werde ich das auch hiermit beenden. Die Liste, wie gesagt, die kann ich nie...